Xx, kann ich meine Farbe wieder haben? Wieso habe ich denn schon wieder rosa? Ich verstehe gar nicht, warum ich immer rosa... Ich muss das rosa erst auflösen. Äh, einfach nochmal Neugel in Kor. Ich habe den Betti gecowlt, ich habe den Betti gecowlt. Ey, ich wusste, dass du schon wieder so penetranten bist und Kor hatte halt einfach recht in der ersten Runde. Ist fein. Die Runde war für mich richtig mies, ne? Das war halt wieder so ein Ding wie bei Stone das letzte Mal. Von wegen, er hat es eins zu eins gesehen und alle glauben dem Killer, ach nee, das war der, der war da. Der Metal, der tat mir so leid, alle auf den Metal drauf. Und ich habe nichts gesagt. Das habe ich nicht gesehen, das war halt duster und ich habe mich dann direkt von da verpisst, weil ich Schiss gekriegt habe. Als ich unten gesehen habe, als ich die Tür aufgemacht, stand er so vorher so, ha ha, jetzt bist du am Arsch. Und ich habe direkt wieder umgedreht. Sndykel, Hallöchen. Atlantik, Hallöchen. Hallo Danny. So. Ich will nicht schon wieder die Karte spielen. Ich mag die Karte nicht mehr. Ist mir zu lange hier. So, wir wollen jetzt ein bisschen Benzintanken. So, hier. Kann ich schon was sabotieren? So, hier. So, hier. So, hier. der erste kill der geht immer auf meiner muss auf meine rechnung gehen das geht ja gar nicht irgendwo zu irgendjemanden hin das ist ganz wichtig dass ich irgendwo hin muss ich muss irgendwo mit irgendjemandem bevor so da ist md da ist 100 ich habe euch zwei auch gesehen bei mir unten links ich habe kein wasser auch bestätigt mit koron unterwegs gewesen und einem der bei mir kam mir kam amd entgegen ja mehr kann ich nicht sagen was wird ihr was wolltet ihr was wolltet ihr bitte ich habe es gibt die ich das hier schon irgendwie was weiß so habe ich noch irgendwas vergessen ist dein kind habe ich dir gedankeschön gesagt hat ein teckel oder dankeschön so wir gehen mal hier weiter wir gehen jetzt mal hier hoch wie immer hier wir gehen wir gehen mal zum rat wir müssen ein bisschen mit der gruppe bleiben also das ist ein problem ich muss noch ein bisschen bei leuten bleiben sonst wird es ein problem hier aber wir sind schon mal an raffi vorbeigelaufen das war wichtig nur zug ist hier vorne drin sowie immer zurück und kim kim macht auch eine quest die machen jetzt auch mal wir machen jetzt auch eine quest so geht es hier rein ganz cool und machen diese quest hier so stellen sie vorne hin blubber 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 so jetzt gehen wir hier weiter hier vorne sind die zwei müssen wir auch noch die quest machen die machen wir auch noch schnell so und dann gehen wir hier weiter und wenn die kontrolliert dann koko kontrolliere ich mal ganz kurz die quest die machen wir jetzt natürlich ist wichtig eine wichtige quest die müssen wir tun so dass wir mal weiter wenn die muss raus ich finde wenn die muss muss ganz ganz schnell raus gut hallo 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 muss ich noch ein minuten story ok amd habe ich gefunden und amd ist es nicht der ist tot ist mir gar nicht aufgefallen dass der tot ist sorry amd also wenn ich jetzt auch sagen möchte aber dex und benny waren im da wo man auch emergency knopf drücken kann ich war gerade im raum da drunter ja ich bin gerade also ich habe gerade paupau gesehen oben bei dem medbay dings da wo du durchs fern fernrohr guckt ja ich bin da gerade rein und habe nichts gemacht ich habe nicht ich habe mir eine quest gemacht also benny wenn ich sage ich ist es nicht benny war mit mir zu sagen wer war es nur zu wer war denn bei mir noch da dabei da haben zu dritt eine quest an einem terminal gemacht okay wir standen dazu dritt rum und haben die quest gemacht und da bin ich hochgelaufen habe diese temperaturquests gemacht im medbay also ich weiß nur also ich sage es ist das das rainbow hat von ich oben im labor waren ja ich habe gerade die leben die gewartet ist des jahrtausends gemacht es gibt es ist gerade irgendwie noch nicht so wirklich es sind auch gerade mal zwei tot also wenn wir uns mit einfach weil sie so still ist wir stellen uns jetzt mal hier hin das ist so ein kurvenpunkt wo die leute dran vorbeilaufen wenn sie zur festen müssen dann können wir gucken ob hier was ist so kommt aber keiner zu mir wir müssen sowieso noch 14 sekunden warten kann ich irgendwas machen so so kann man ja weiter laufen so dann können wir mal alle zusammen rufen so pass auf hier ist eine ganz ganz gefährlicher punkt jemand zu kehlen weil hier oben kann man laufen hier links kann man laufen rechts kann man das ist überall ich will aber ganz was gucken ob hier vor ihm vorbeiläuft hier kommt keiner vorbei also haben die hier keine quest oder was okay wir laufen hier nochmal lang laufen hier nochmal runter und laufen zu diesen terminal so jetzt hat mich der zug hat mich gesehen so dörmle gemacht hier ist kim so wir gehen wieder zurück wir gehen mal wieder zurück wir gehen mal wieder wir müssen jetzt so irgendeine gruppe hier laufen wir müssen jetzt irgendwo in eine gruppe ganz schnell wo ist wer hier ist vielleicht jemand drin wir müssen zu irgendjemandem rein wir müssen 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 jemanden finden ganz schnell wir haben alle Tasks fertig gekriegt wer war es? wer musste das direkt zu Beginn sein? ich bin so sorry Dex mir ist keiner über den Weg gelaufen den ich mal eben so wegschnetzeln konnte wieder Dex? na warte Corr musste ich es doch bringe dein Haus in die Luft Corr, Corr, Dex der Corr war gut habt ihr wirklich alle Tasks geschafft ja? krass ja ihr wart zu langsam beim töten diesmal ich hab äh ne ich hab äh stückweise immer gemacht ich hab jetzt die Pau Pau gekillt und so ja aber guck mal ihr habt drei Leute getötet nicht zu Beginn direkt aber davon mal abgesehen ähm ich hab das noch nicht so ganz ge äh gescheckt mit den Tasks wie kann ich denn auf die Map gucken? Tab 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 du hast oben rechts ne Ecke deine Karte äh können wir mal die Karte tauschen bitte? können wir mal die Karte tauschen und nochmal was anderes spielen nicht immer die gleiche ich hab gar noch wie viel Karten gibt es denn? 3 äh 3 zur Zeit noch was soll denn? ich bin Geld buchen wir auf das Zahnrad und dann lief gehen ok 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 einfach nur liefen? ja einfach nur liefen das war aber vorhin wie ist Dex als du und Harlef ähm hier Killer ward da hatte ich ein Tab bei mir geschlossen im Dings und dann hab ich den Stream gesehen und hab ich gesehen dass du von Harvlifter seid das war fies mhm böse lustiger ist ich muss auch sagen ich hab extra nichts gesagt und ich hab extra so getan als hätte ich es nicht gewusst HLF hat hier öfters mal das Licht ausgemacht als Toter und auch die Türen so gemacht damit du jemanden kill kannst und du rennst einfach drauf vorbei wer ich? nein Dex aber ich hab Kohlt diesmal gar nicht verdächtigt der ist mir gar nicht entgegen gerannt nach einer Leiche ich hab keine Leiche gefunden ehrlich gesagt ich bin einfach von ausgerüstert und ausgerüstert es sind auch nur bis zum Ende hin jetzt drei Leute gestorben also es ist also ich wollte gerade zum Zirk über die Raum rennen aber da war es schon vorbei ja da war ich schon ja da war ich schon ich hab äh Benny beobachtet Kohr beobachtet aber Kohr war tatsächlich unauffällig in dem Moment ja ich fall gut scheiße ey bisschen zu unerfällig aber äh einer fehlt noch nein wollte noch jemand anderes mal mitspielen weiss ich haben wir Platz offen? dann mach ich mal eben kurz einen Break also ich würde einen Platz aufmachen warte mal eben Pause da nee ich würde einen kurz einen Break machen deswegen also ich würde einen Platz aufmachen was ist kein Lust mehr? mich ruft die Natur sagen wir erstmal so ich auch ja geht auch schnell denk ich mal Pipi Pipi Pause also haben wir jetzt noch einen Platz frei oder was? richtiges Game kostet was ja vier Euro er bitte das kostet halt nicht das ist aber kostenlos als App wenn ihr ein Smartphone habt denk ich mal schon dann ähm könnt ihr das ähm kostenlos dort oder bitte du installierst das auf deinem Smartphone was garantiert äh nirgends rumliegt leckt das? weiß ich nicht der ähm Stone hat das letzte Mal auf dem Smartphone gespielt ja äh äh da hat man ja nur gesagt dass man mit der Karte da halt ein bisschen eingeschränkt ist wohl und man kriegt fest wo ein bisschen schwieriger sind klar es ist äh mit der Maus ist was anderes zu zu handeln Übrigens Leute tut mir einen Gefallen wenn ich mit dem Task Simon Says unten in der Elke bin hört auf zu rewarden das jedes Mal wieder neu einzugeben ist mega ätzend ja kann ich verstehen ach soll ich dir ne Nachricht schreiben bitte? soll ich dir ne Nachricht schreiben bitte? soll ich dir ne Nachricht schreiben bitte? nein 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 ich find die Tasks voll witzig ehrlich gesagt ja simpel mach mal mach nichts mach mal mach nichts besonderes es ist easy es ist eigentlich nur dafür gedacht dass man ein bisschen abgelenkt wird dort ja haben wir es kurz eigentlich rausgekommen wenn er nur die Natur gerufen hat jetzt kann was länger dauern wir können auch ruhig die Runde mal starten zu 8 ähm haben wir jetzt einen Platz fix frei? ja ja Flugzug ist nicht da ein Spieler suchen wir ihr könnt gerne mitspielen weil Core ist grad ich weiß nicht dass er mit Natur weiter also also ich weiß gar nicht ich krieg gerade Ärger wenn ich nicht mitbrauche ja komm eine Runde noch ja wie hast du dein Käse verloren Dex? was? ne 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 der hat den ne der hat den drauf das ist nur ein Bug hier in der Lobby ist jetzt schon das zweite Mal dass das passiert ja Dex den aus Versehen also wichtig wenn ihr mitspielen wollt Maximus ganz wichtig gutes Mikrofon TS und das Spiel fertig drei Sachen und äh wenn du Killer bist immer Dex töten ja das ist Regel Nummer 1 und wenn du nicht Killer bist dann einfach IMD reporten das ist äh IMD und ich reporte dich kann man sich eigentlich als Killer gegenseitig töten? nein nein also wenn kannst du dich nur gegenseitig rausholen also Regel Nummer 1 lautet ganz eindeutig alle reporten nein doch du laberst zu viel du laberst zu viel Halif ey gar nicht weißt du wieso der macht dich immer sehr verdächtig Halif und Rainbow die sind immer die beiden die beschuldigen einfach jeden ja und deswegen habe ich mich so gewundert letztes Mal dass die gar nichts gesagt hat deswegen muss ich einfach mal reinvoten dass alle anderen mal ein bisschen Hass schüren hier also ich musste die Runde davor so viel nachdenken und ich habe ja alle richtig äh diesmal dann äh rausgevotet ich finde das ja immer sehr schön dass ich äh beschuldigt werde wenn ich nichts sage ich habe nur nichts gesagt du bist zu ruhig ja was soll ich denn sagen in solchen Friesen und durcheinander reden aber das Problem in diesem Spiel ist entweder du sagst gar nichts oder du sagst zu viel ja so wie Stone richtig der Stone wird immer rausgekriegt weil er zu viel quatschte also wir haben jetzt noch einen Platz frei ja ne ok jetzt rede ich halt ganz wenig einen Platz haben wir frei einen Platz haben wir jetzt fix frei ja und ich glaube wer war das Owen? wolle mitspielen? solange noch nicht da ist wenn Chor wiederkommt nicht mehr weil jetzt wieder ja dann wollt ihr ja nun aussteigen Seria Dankeschön 5 Monate und übrigens an alle die gerade eben gefallout haben ich konnte nichts sagen Dankeschön dafür Hallo Hi wer ist da? Owen Hallo Owen ein Schweizer oder ein Schweizer ja eine Schweizer ja also laut IP-Adresse der IMD kontrolliert dich schon wir hatten wir hatten Stalker-E-Mails geschickt äh Code haben wir reingeschickt ein Chrome-Browser in der alten Version was? wer? Dr. Fabi der Owen der benutzt einen veralteten Chrome-Browser wie ich gerade sehe ui der IMD ist Klemburger der sagt nicht viel kommt da nicht die Lust hier hin? weil verklemmt ist war das hier die locker rum blablabla okay laufen einfach mal laufen einfach die karte doch schon also egal so muss mich hier was machen nicht nicht ist schon aus die quest jetzt wieder so die quest ist hier vorne so hier lang hier runter das war dieses diese ok dies dies finde ich echt schwer die karte was nur räume hier so hier also die die sachen die man hier spielt das sind nur zum ablenken das ist nichts dass dann braucht man gar keinen der krebs also das ist total easy und noch lang hier machen natürlich auf der computer ich bin ganz alleine keine gute sache ich weiß möchte ich machen auch schon zwei also es war nicht halle ich habe nur die leiche ganz oben da vor dem eingang gesehen sonst niemand also ich bin fabi sage ich der safe weil wir waren gerade bei dem contamination ding da diesen langen tunnel wo man sich besprühen lassen muss erst den links von hallef senden geguckt den safe dings wie heißt es hier mit bei wenn dann rafa hinterher weil ich mit denen rumlaufen wollte und dann ging vor mir die klappe zu ja aber irgendwie warst du der letzte der bei hallef war bevor ich nachdem als ich raus bin kam amd gerade runtergerannt ja genau da kam ja auch entgegen aber oben war alles safe nix keine lache nix und ich war gerade oben bei kim und die hat reagentleser sortiert ok ich mache es geht aber ich mache es geht aber ich mache es geht aber ich mache es geht ich auch ist noch nicht ich nehme ich stehe neben fabi und amd hier ein raum das kann nicht sein ich war mit fabi im kontamination ich komme zu dir gelaufen du hast das geist auch das ist ja was los ja ja du hast trotzdem nicht rausgeholt bisher des streamer-decks ja so ist es sound muted wie geht denn das hier wie geht das was muss ich machen ey ich kann ja ich frau und nun oh nein du musst die quatschen machen ja ich muss hochlaufen wo muss ich überhaupt hin schnell hochlaufen bevor ich wieder ärger bekommen dass wir nichts gemacht habe ich fliege uns raus ich will nicht rausfliegen wir werden das team noch gewinnen lassen laufdecks lauf fuße so luft ist da ok hier ist noch eins oder was kim 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 ja 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 sound resum ich habe decks gefunden und bennys dran vorbeigelaufen gerade von weg gelaufen mysteriös also ich war gerade mit fabi mit oben oben er ist da gerade wirklich dran vorbeigelaufen ich habe nichts zu will ist auch raus der stand auch mit also ich kann kim also kim kann es auch nicht gewesen sein weil ich hab wir waren eben ganz oft schon zusammen alleine also wir messen auf jeden fall du bist mir ganz creepy wieder her gelaufen ja du hast merkst das sage ich bei dem jetzt auch und im endeffekt ist es da auch der killer ich sag benny was ja doch gerade sonst hat er mal ausreden wenn das nicht ist weil so langsam müssen wir ja einen raus ich habe die leiche nicht gesehen ich habe die leiche nicht gesehen der blaue grounded ich würde eigentlich genauso gut kim sein aber ok ne kim ist es nicht kann ich safe sagen ok bye bye benni benni du arschloch mördert der mich aber die kim war daneben und hat dich gerecht oder mich was kann ich hier wieder als geist rumgurken na sowas dafür mache ich jetzt diese quest hier so nächster quest angelosen dankeschön so mal gucken wo muss ich jetzt noch hin hier muss ich doch noch irgendwas machen oh ist da der roboter achso hier ist ein teil juhu 7 7 1 2 0 7 7 1 2 8 2 1 2 2 0 quest hier brauche ich nichts mehr 1 dmd macht quest habt ihr gesehen dann die es gemacht quest kim kann es nicht sein kim hat mich ja gerecht Wo bin ich denn jetzt hier? Oh, oh, oh. Äh, Rafi in diesem Nebeltunnel. Okay, darf ich was fragen? Ja. Wer hat den Reaktor gefixt? Ich, links von dir. Wieso? Barbie? Ja? Du warst dann mit ihr alleine dort in diesem einen Raum. Ich denke, das bist du. Ich war unten im Mettbill zu dem Zeitpunkt. Also ich bin direkt runter nach Mettbill gelaufen. Wenn du dann den Reaktor gemacht hast. Ja, bin ich runter, direkt zur Tür gegangen. Ich habe dann gesehen, ihr zwei seid dann direkt runtergegangen. Und jetzt ist sie tot. Ja, in dem Gang. In dem Nebelgang, wo man zwei Türen aufmachen muss. Genau. Also bei mir bin ich alleine in den Gang reingegangen. War unten an der Tür und bin dann zum Mettbill gegangen. Du bist alleine wieder rausgekommen. Ja. Kann ich mal eben was fragen vorher? Hau raus. Ja. Wo ist der Reaktor? Ist das ganz im Norden? Der ist ganz oben links. AMD war auch gerade da. AMD war auch da. Er stand da rum. Ja, hat er ein Ding jetzt genommen. Ich bin von unten, bin ich hier hochgelaufen, aber nicht Richtung Reaktor. Bin hier gerade in so einem komischen Raum, wo es so ein komischer roter Ball ist. Wenn er meint, ihr müsst mich rauswerfen, dann geht das ruhig. Wirdet ihr ja sehen, was ihr davon habt. No. Oh. Ja, wenn nicht Fabi das ist, dann ist das AMD. Oder ist es Kim? Kim ist safe. Das kann ich bestätigen. Sound muted. Ich wusste, dass du das hast. Ey, das war so unlucky. Ich hab Kim nicht gesehen. Ich bin die ganze Zeit so creepy hinterhergeschickt. Ich wollte mit dir am Anfang nicht mehr in den Tunnel. Ey, Kim. Ich hab gerade gedacht, wieso schaltest du nicht? Raffi hat mich gesehen. Sie und Fabi haben sich gegenseitig beschuldigt. Raffi ist tot. Fabi lebt. Ich hab Kim einfach nicht gesehen da oben, wo ich denkst. Ich hab so gedacht, ach, der ist da alleine. Fabi. Dann kam euch um die Ecke. Fabi. Fabi, ich will dich nicht privat kennenlernen. Wieso? Was für ein Lügner, wie der sagt so. Lerne. Es tut mir so leid. Ja, ich hab da. Ja gut. Dann habt ihr eben den Falschen ausgewählt. Ich hab echt gedacht, das wär jetzt die ganze Zeit die Pau-Pau, ey. Du musst was lachen. Pau könnte es nicht gewesen sein. Pau war die ganze Zeit neben mir. So einen Unflug treib ich nur in diesem Spiel. Oh Gott, ey. Ich hab... Ja, vor dem Wegen. Was ist das für jeden Tag? Benni und Fabi. Ah, Benni, das war aber sowas von so schlecht. Du hast gekennst und dann kam die... Nee, das war einfach nur Anlag. Durch den Sichtradius hab ich Kim nicht gesehen. Dann lauf ich da lang und dann seh ich da bloß noch nicht so. Aber Kim sofort reagiert. Super gemacht. Zack. Ja, das war... Ich hatte halt noch nur auf diesen dunkelblauen Fuß gesehen und... Ja, du? Wolltest du mal wieder mitmachen? Ja, ja. Das war jetzt mal der Korf. Ja, Korf ist wieder da. Okay. Nein, nein, lass dir noch eine Runde spielen. Nein, nein, alles gut. Ich... Ich klicke mich auf. Was? Direkt gemutet. Mensch, bitte. Oder nicht. Das ist immer schuld. Immer Decks. Ja, Noobzug wollte er, glaube ich, nicht mehr spielen. Weiß nicht. Müsst ihr jetzt so... Ja, nein, nein. Aber ich mach's voll. Okay. Nein, dann... Ja, lass Coa dazu. Nein. Wer geht jetzt raus? Dann habe ich mich jetzt eigentlich. Wer ist raus? Jetzt habe ich Angst. Noobzug ist raus. Noobzug, bis dann. Dankeschön. Viel Spaß noch. Tschüss. 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 User disconnected from your channel. So, aber läuft. Heute echt spannende Runde. So schön. So müssen Mikrofone klingen. Das ist schön. Sauber. Klauschen. Ups. So müssen Mikrofone klingen. So müssen Mikrofone drauf gehauen. Soll ich meinen 80 Zentimeter Ventilator anmachen? Ich wollte gerade sagen 80 Zentimeter. Und dann mehr wollte ich schon nicht mehr wissen. Ab da an habe ich schon abgeschaltet. Aber Respekt. Das ist immer eine Länge. 1D. Chor ist lila. Halt. Das geht nicht. AMD, du musst die Farbe tauschen. Watt. Oh nein. Ich habe die falsche Farbe. Doch. Chor muss gelb sein. Chor muss immer wie Pippi aus. Chor muss gelb sein. Das geht nicht anders. Ja, ich muss raus sein. Aber eigentlich müsste Rafa auch rot sein oder orange sein. Ja, danke AMD. Ja, aber sonst hat irgendjemand raus hier. Orange ist nicht mehr verfügbar. Ich bleibe schwarz. Ich bleibe blau. Ich bin ganz lieb. Ich bin die richtige Zeitgegen. Ja. Dann bin ich eben. Dann bist du mir sehr verdächtig auf dem Kopf. Ich bin unschuldig. Ich habe ein Blümchen auf dem Kopf. Ich bin wortwörtlich ein Engel. Ich bin ein Tanzzone. Ich spreche es jetzt auf jeden Fall. Kim muss weg. Oh, oh. Richtig tommeling. Normal war es arg, aber wir haben heute keinen Bock auf arg gehabt. Deswegen. Ich muss mal auf die Karte gucken. Nein, um die Ecke. Ich will alle zusammenbleiben. Einer ist schon weg. Ralf guckt sich noch um. Kehr wohl schon hier und Kehr wohl schon da. Aber so ist das so. Wo müssen wir jetzt hin? Nehmen wir mal den Adminraum. Aber vielleicht bleibt ja noch jemand bei mir. Alleine will ich nicht laufen. Ich will nicht wieder als erstes sterben. Ja, den Mörder. Karte ist es. 6, 2, 4, 1, 5. 5, 6, 2, 4, 1, 5. 5. So. Ich stelle uns mal doof in den Raum rein. Oh. Ich muss runterlaufen. 6, 9, 8, 5, 7. Wo muss ich überhaupt hin? Ähm. Ich kann die vorne abbiegen und dann hier so links und dann da vorne an das an der Gerät hier vorne hin. So, gucken wir mal. Masira, bis dann. Tschüss. Schön ist da was. So, das hier. Quest. Quest. Wer war das gerade? Der mit der Stand Kim. Okay. Okay. Das ist sowieso hier hoch. Jesus ist Pau-Bau. Was? Was passiert? Also. Pau-Bau ist mir halt schon wieder so hinterher gestalkt. Also, also, also. Ich habe hier gerade eine Leiche gefunden bei dem Raum. Keine Ahnung, wie der, der dicke, große Tunnel. Der lange Dekomitationsflur. Genau. Gesundheit. Da bin ich gerade oben. Die Kim ist mir gerade entgegengekommen. Aber. Du warst auch da. Aber. Ich beschuldige nicht die Kim. Juhu. Also, die Kim müsste es gewesen sein, weil sie da gewesen ist. Aber sie hat eine Quest gemacht. Also, sie hatte überhaupt gar keine Schimmer gehabt, was sie gerade da tut. Läuft an der Leiche vorbei. Ich weiß nicht, ob sie die gesehen hat. Keine Ahnung. Ich beschuldige nicht die Kim, aber ich habe eine Leiche gefunden. Als ich da war, war die noch nicht da. Als ich da durchgelaufen bin, war da noch keine Leiche. Hast du da niemand anders gesehen? Dann habe ich das mit den Kabeln gemacht und dann. Nee, habe ich nicht gesehen. Also, Kor und Fabi. Dann hatte ich gesehen, dass du da einmal kurz weggelaufen bist und dann wieder hin. Und ich schätze mal, du hast da gerade so. Leiche und wieder hingelaufen und reportet. Ja. Also, Kor ist zwar die ganze Zeit am Rumsneaken hier oben, aber ich war bei Kor und Harlef. Also, bei Kor bei dem Crystal. Also, Fabi stand zwar auch komisch da, aber nicht jetzt so komisch. Kor hat Quest gemacht, das habe ich gesehen. Wie heißt denn das Gebiet, wo die Leiche jetzt lag, Kim? Ich weiß nicht, habe keine Ahnung. Dieser große Tunnelraum. Decontamination. Dieser große Dekontinuationsraum und der hochführt zum Reaktor. Okay, welche Spiele waren gerade dort? Also, ich war gerade so oben im Labor. Meinen Sie jetzt oben im Reaktor oder was? Ja, man muss ja die Knöpfchen drücken, um die Türen aufzumachen, um da hochzukommen. Wer ist gerade oben? Ich bin da immer noch, weil ich da drei Quests habe. Okay. Ich habe Benni da eben gesehen. Nur zu wissen. Es gibt aber, ich muss nur wissen, wer es ist. Also, wer da war. Next, nur so, erzähl mal es da. In dem Dings ist auch ein Ventilationsschacht. Also, der muss nicht mal zwingend da oben gewesen sein. In dem Tunnel direkt ist ein Ventilationsschacht drin. Ich kann ganz ehrlich, ich kann sie noch nicht voten. Für mich hat sie nichts gemacht. Die hat dann eine dumme Quest gemacht. Aber, alle wissen es, dass sie da gewesen ist. Also, beim nächsten Mal, was muss ich drücken? Plastik muss ich so. Beim nächsten Mal werden wir sie dann, werden wir sie finden. Wenn, wenn dann wieder was irgendwas in der Nähe ist, wo sie, wo sie wieder rumhampelt und irgendwas passiert ist, dann haben wir sie ja, glaube ich, dann automatisch schon mal auf dem Kicker. So, wo muss ich hin? Hier muss ich hin. Ja, hier. Ich glaube, ich bin jetzt gleich tot. Ich merke das schon. Ich habe das Messer schon im Rücken. Okay. Irgendwie passiert ziemlich wenig. Chor? Wo muss ich hin? Okay. Ich lege meine Hand ins Feuer. Wenn es Kim nicht war, könnte mich nächste Runde rausfunden. Es war Kim. Okay. Die ist mir gerade so penetrant hinterhergerannt. Ich bin dir hinterhergelaufen. Ich habe gerade sogar noch mit dem Chat, mit dem Chat gesprochen. Und habe auch gesagt, ich habe sie jetzt nicht gevotet, weil ich nichts gesehen habe. Aber wenn sie das nächste Mal genannt wird, dann ist sie raus. Es war jetzt dober Zufall, weil... Ich habe Benni ja auch nur hinterhergelaufen, um zu gucken, ob er sicher ist. Also, ähm... Der war die ganze Zeit bei mir, oben bei dem Platz. Ich tut nicht umsonst den Knopf. Also Kim, ich glaube, es ist auch öfters mal neben mir, also... Ich bin so blöd, lauft ihr hinterher, ohne dich zu töten? Ich hatte doch mehr als genug Gelegenheit in den langen Fluren. Nee, du musst ja ganz nah an mir reinstehen. Du warst die ganze Zeit ein Stück zu weit hinten. Also ist der Pooldown auch noch runtergegangen, wohl gerade. Ich glaube nicht. Weil wir hatten ja gerade erst eine Versammlung. Ich bin 100 pro bei Kim, dass die das war. Das heißt, du könntest ihn gar nicht, selbst wenn du es gewollt hättest. Misskippe. Das ist mir zu wenig. Du bist noch nicht so doof und laufst hinterher, wenn du zu dem Knopf läufst. Du bist sehr penetrant hinter mir hergelaufen. Ja. Weil es ist gefährlich, alleine zu sein. Alter. Aha. Kim. Entweder skippt oder will jemanden. Ich bin für ein paar Monate. Ich glaube, du bist raus, Kim. Dass du Dex mit AMD in den Keller schickst, okay. Aber mit Korn, was habe ich hier angestellt? Okay. So. Achso, wir müssen auf die Karte gucken. Was müssen wir noch machen? Hoch. Ich bin ja immer noch der Meinung. Attachi, danke schön übrigens. Ich habe euch das schon gesagt. Ich glaube schon. Ich bin immer noch der Meinung, dass es... Ne? Hallo? Oh Gott. Wie kommt man jetzt... Oh Gott. Ich muss mal Licht anmachen. Oh, da kann mir jemand entgegen gelaufen. Wir müssen Licht anmachen. Licht an. Das ist, glaube ich, die Ruffy ist. Die Ruffy war ziemlich... Wie kommen wir in den hier rein? Die Ruffy war ziemlich, ziemlich nervös bei dem Ganzen. Warte ich hier. Das anmachen so. Okay. Oh Gott. So. Also, mir sind gerade mehrere Leute entgegengekommen. Ich war hier oben in der Nähe des Admin-Raums. Auf der linken Seite. Ich bin dir gerade entgegengekommen, weil ich um bei den Pflanzen noch war. Weil durch den Report musst du nochmal dahin. Was ist denn der Admin-Raum? Der Admin-Raum ist sozusagen... Da ist doch diese komische Kreuzung, wo es von links hoch geht und von rechts da, wo wie ein umgedrehtes V ist. Achso. AMD kam gerade vom Raum mit dem Knopf. Das habe ich gesehen. Da ist er mir noch entgegengekommen. Beide, ich habe gerade eigentlich so geplant, weil ich fertig bin mit Quest 4. Ich wollte den Decks hinterherlaufen. Ja, schöne Scheiße. Ich wollte gerade hoch zu dem Platz. Ich bin gerade aus dem Platz. Ich bin gerade aus dem Platz. Ich bin gerade aus dem Platz. Also hier zu diesem Startpunkt. Ich habe dich aber nicht gesehen. Ich stand nämlich auch in die... Yoshi, danke schön. Neun Monate. Ich bin da oben. Alter. Fari. Wieso? Okay. Weil ich bin da gerade rausgekommen. Das heißt, du hast die Tür aufgemacht. Ich stehe jetzt gerade legit vor dem Startraum, der weiter links ist. Unten ist ja dieser ganz lange Flur. Und da bin ich quasi direkt vor dem Eingang, Ausgang vom Startraum. Ja, ich habe mich gewundert, warum die Tür auf einmal hauften. Das kann gar nicht sein. Denn zeitlich geht das gar nicht. Ich bin auf dem ganzen langen Flur gerade langgelaufen. Zeitlich geht das doch gar nicht. Bei mir war das nur dunkel, als ich da durch bin. Wir haben nicht mehr so viele Tasks. Also alle Tasks machen, dann sollten wir eigentlich schaffen. Ja. Ich habe einfach mal irgendeinem angeboten. Danke. Bitte. Ihr seid Witzbeulen. Alle, alle schnelle Tasks. The Walking Dead, danke schön fürs Forderung. Keiner wurde rausgeschmissen. Das muss ich ehrlich sagen, das macht der Chor gut. Der Chor macht das echt gut. Welche Tasks muss ich denn noch machen, damit wir den Chor rauskicken müssen? Mach mal schnell die Tasks. Schnell, schnell, schnell. Jetzt können wir hier fliegen. Zack, zack. Irgendwie hier rein und da rein und hier oben rein und da hinten rein und da vorne rein. War es das? Ach nee, wir müssen hier, nach der Farbe geht das hier. Okay. Wie geht das hier? Das hier rein. Ist das das hier so? Ja. Kann ich nicht machen, ne? Der Chor ist der Einzige, der nicht kommt. Guck's dir an. Der Chor ist der Einzige, der nicht kommt. Der Chor ist der Einzige, der nicht kommt, Leute. Aber wie geht nicht alleine raus? Du stürst. Da ist der Chor unterwegs. Der kühlt dich. Oh mein Gott, ey. So, was muss ich noch machen? Ich muss hier vorne noch rüber. So, da vor... Oh, da wollte ich gar nicht hin. Was war das denn? Was muss ich mir hier machen? Ach so, jetzt sind wir wieder die 1, 2, 3, 4, 5... Oh. Wend gesprungen beim Reaktor. Das habe ich gesehen. Nennt sich... Oh mein, es wurde eine Leiche. Hab ich gerade auch gesehen. Ich habe nur den Button gesehen. Ich wollte gerade draufklicken. Und in dem Moment hat er auf den Button gedrückt. Also auf den... Also du, wenn ich... Ich bin gerade, nachdem Raff aus dem Wend gesprungen bin, wie behindert im Kreis gerade. Weil die Angst hatte, dass sie kilt. Sie kilt mich und bin dann runter. Auch sagen, Raffi habe ich nicht gesehen. Also ich werde sogar auf Fabi's Seite. Ich habe sie nicht gesehen, wie sie... Ich tatsächlich auch. Weil Benni ist mit mir relativ... Also wir hatten einen ziemlich ähnlichen Weg. Er war erst mit mir beim Task. Also hier links diese... Beim Reaktor. Und dann beim... Habe ich ihn oben gerade wieder getroffen. Ja, ich habe auch den Leichenband gesehen. Aber ich habe die Leiche nicht gesehen. Ich auch nicht. Also ich weiß nicht, ob es ein Raffi... Office oder Admin oder im Flur. Keine Ahnung. Also ich werde da auch für Raffi. Weil ich habe sie nicht gesehen, wie sie mit uns zum Reaktor gelaufen ist. Ja. Und AMD habe ich ganz am Anfang gesehen. Ja, ich bin ja eigentlich ein bisschen verfolgt. Ich bin direkt hochgerannt, weil ich da eine Taskrinne hatte. Wollte gerade rausgehen in den Reaktor. Und sie kam aus dem Band rausgejumpt. Core, was sagst du? Was tust du gerade? Dö, dö, dö. Das ist Core. Der andere ist Core. Definitiv. Glaube ich auch. Dann schnell Knopf drücken, wenn es jetzt nicht vorbei ist. Ich kann nicht mehr drücken. Muss Haliff. 11, 10, also O. Drück den Knopf. Okay, wir sind uns jetzt einig, es ist Core. Ja, es ist Core. All in. All in. Ja, wenn es nicht ist, dann hat der Impostor jetzt gewonnen. Dann haben wir alles verkackt. Ja, dann haben wir alles verkackt, also als Core raus wurden. Der Core sagt aber auch für das Core. Ich finde es geil, wie beide sich einfach überhaupt nicht verteidigen. Schweigen ist Zustimmung. Also wenn es jetzt wirklich Core und Raffi waren, dann tut es mir leid, Kim. Oh, das muss ja auch leid tun. Rafa, das war einfach so so, das war so zu strengst aus dem Band. Ich habe mir nicht mehr schnell auf den Killknopf gekommen. Das war so Hops gewesen, bevor du den Knopf gut zerfährst. Schade, ich bin... Aber Kim, das sah so auffällig aus. Gut gemacht. Core, das war auch echt eis alt. Das wäre, das ist wenn ich gut gehe und ihr haut mich vom Schiff. Ja, das war so... Scheiße, ich habe gar nicht gemerkt, dass das dementsprechend... Deswegen haben die Jungs das rausgehört. Gebe ich auch zu. Also wenn du das war nicht nett, wie du mich verfolgt hast, ja. Einfach beide so, die haben es hingenommen. Ich fand das aber ganz gut. Der Core, die ganze Zeit immer hinter mir her, dann wieder nicht, dann wieder her, dann wieder nicht, tot. Scheiße. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.